Musik 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 Eröffnungsternier der Nordic Jumping Events. Zulange Wertungsprüfung für den Movie Star Cup 2018-2019 bei fünf Turnieren dieser Serie. Leider jeweils ein Sterne für die Amateure und Punkte und am Schluss wird abgerechnet. Wer ganz vorne steht, kann den Netflix-Account kündigen, gewinnt. Wir haben den Wert von 500 Euro auch für die zweiten und dritten Preise. Das, wie gesagt, jede zweite Auflage, diese Wertungsprüfung für den Movie Star Cup. Bei der ersten Auflage haben wir jetzt 28 Leiter am Start. Die ersten, die 613, Brombe und Schuhe, Zwitte. Vom viermalischen Regleiter frei. Die Regal war noch einmal als Brombe von Stagato. Und da vorne noch Sars. Geben die Leiter über neun Hindernisse. Zehn Sprüge, dreimal für 50 Meter lang. Ein 60 Sekunden erlaubt die Zeit. Wir befinden es noch immer diese Zeit. Wir befinden es dazu. Wenn wir über den Geigen der aufhören, Wir befinden es uns nicht ganzer. Wir befinden es uns nicht immer mehr, Halt es nicht nur ein gerät in den Job. und wir befinden uns nicht mehr. Aber das ist, wir befinden uns classic für die Anbremse. Und dann wird uns nicht mehr, dass wir uns nicht her eggshermut. Ihr befinden, uns wohl auch was klar. Also wir befinden haben, Das war's für heute. Das war's für heute.